Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Wenn der Podcast Märchenonkel Quatsch erzählt, wir werden das aufräumen und ich werde euch am Ende dieser Podcast-Folge auch noch ein paar freche Hacks nennen, wie ihr eurem Podcast noch ein bisschen tunen könnt. So, dieser Podcast, diese Podcast-Folge heute ist besonders interessant für Startups, für Gründer, Gründerinnen, die den Podcast im Digitalvertrieb einsetzen möchten. Was es genau damit auf sich hat, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann erkläre ich es. Bis gleich. Vielleicht für alle die, die jetzt hier heute das erste Mal diesen Podcast hören. Warum dürfen wir was zum Thema Podcasting erzählen? Ja, weil wir das schon seit 2015 machen. Wir haben über 1100 Folgen produziert und haben weit über 1000 Projekte und Folgeprojekte generiert. Und durch den Podcast. Womit ich heute aufräumen möchte, sind so ein paar Sachen oder ein paar Aussagen von Coaches oder irgendwelchen Leuten, die da irgendwelche Tutorials erstellen, die vielleicht sogar viele Leute davon abhalten, viele Unternehmer, Unternehmerinnen davon abhalten, einen eigenen Podcast zu starten. Und das ist die Aussage, Podcast ist ein Ausdauersport. Und ich sage nö. Podcast ist ein Ausdauersport, habe ich früher selber gesagt. Absolut richtig, wenn du vorhast oder die Erwartungshaltung hast, dass du mit dem Podcast in zwei bis drei Jahren eine gewisse Sichtbarkeit aufgebaut haben möchtest. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt einen Podcast startest, dann möchtest du nicht das Ergebnis irgendwie in zwei, drei Jahren haben, sondern du willst sofort Ergebnisse haben. Und das ist die Challenge. Der Podcast muss dir sofort Ergebnisse bringen. Und alles andere ist ein Nebenprodukt. Ich wollte gerade sagen Abfallprodukt. Ist aber kein Abfall, aber ein Nebenprodukt. Also Sichtbarkeit wird sowieso über die Zeit passieren, je konzentrierter, beharrlicher und konsequenter du an diesem Thema dran bleibst. Also wenn du einmal die Woche mindestens, mindestens einmal die Woche besser, dreimal die Woche auf Sendungen gehst, dann kannst du das gar nicht verhindern, dass du in die Sichtbarkeit kommst. Ja, weil irgendwann steigt diese Exponentialkurve dramatisch an und dann kannst du dich gar nicht mehr dagegen wehren, dass die Leute dich finden, dass die Leute deinen Podcast gut finden und so weiter und so fort. Ja, also das ist nicht unser Ziel. Wenn wir den Podcast im Digitalvertrieb einsetzen wollen, wenn wir den Podcast einsetzen wollen, um Reichweite und Sichtbarkeit aufzuwollen, dann reden wir über zwei bis drei Jahre. Ja, oder länger, je nachdem, was du für ein Thema hast und wie gut die Qualität deines Podcasts ist. Heute möchte ich aber thematisieren, den Podcast im Digitalvertrieb einzusetzen. Das heißt, dir Interviewgäste zu suchen für deinen Podcast, von denen du lernen kannst, die potenzielle Kooperationspartner sind oder sogar, und das ist natürlich die Königsdisziplin, Leute, die deine neuen Kunden werden wollen. So, und dann ist doch ein Podcast ein cooles Instrument. Das heißt, du suchst dir bei LinkedIn eine Person aus, die verwolkst du ein bisschen und guckst mal, was die so postet. Du checkst, wie weit ist da ein Matching schon da, wie weit kannst du mit deinen Dienstleistungen oder Produkten was für diese Person machen. Oder du suchst einen Investor für dein Startup. Ja, dann lade dir diese Leute einfach in deinen Podcast ein. Und je professioneller dein ganzes Auftreten mit dem Podcast ist, deine Produktion mit dem Podcast ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Personen auch in deinen Podcast kommen. So, gibt es noch ein paar andere Sachen zu beachten, aber das soll heute gar nicht so sehr das Thema sein. Ich möchte vor allen Dingen diesen Glaubenssatz aus dem Kopf rausbringen, dass du einen Podcast machst im Ausdauersport. Ich persönlich hasse Ausdauersport, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Schnellkraftsportler. Ich bin super schnell, so auf 60, 100 Meter, aber mich kannst du halt nicht zum Marathon schicken. Der Marathon ergibt sich ja sowieso, jetzt im Falle des Podcasts, weil du das natürlich über einen längeren Zeitraum machen wirst. Und dann wirst du natürlich automatisch die Wahrnehmung im Markt haben. So, also das zu dem Thema. Dann nächstes Thema, was aufgeräumt werden muss, ist, dass du für dein Unternehmen einen Podcast einsetzt und damit automatisch zum Podcaster oder zur Podcasterin wirst. Und das ist genauso Bullshit. Wenn du Unternehmensberater bist, Rechtsanwalt bist, Arzt bist oder weiß ich nicht, Yoga-Expertin, was gibt es noch, Unternehmerin. So, denk dir irgendwas aus, irgendwas, was du gerade selber bist. Du musst doch kein Podcast-Experte oder Podcaster werden oder Podcasterin werden. Du sollst natürlich in deinem Kompetenzbereich bleiben. Ich finde es total schwierig, wenn ich gar nicht Podcaster werden möchte, es aber werden muss, weil mir das irgendjemand sagt, nur weil ich einen Podcast haben möchte. Ein Podcast ist ein Megafon. Damit brüllst du erstmal ordentlich in den Markt und damit holst du dir Leute einfach in dein Netzwerk. Und das ist ein Werkzeug, das ist ein Tool. Nur weil ich einen Hammer benutze, muss ich ja kein Handwerker werden. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal, ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf. Oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Also musst du auch kein Podcaster oder Podcasterin werden. Und deswegen setzt du einen Podcast so ein, dass du dein Kernbusiness weitermachen kannst. Und das ganze Thema Podcasting entweder so effizient gestaltet ist, dass du damit überhaupt keinen Zeitaufwand hast. Oder am besten noch das ganze Thema outsourced. Und so outsourced, dass das Ergebnis, nämlich Neukunden, neue Projekte zu entwickeln, natürlich weitaus höher ist, oder das Einkommen, der Umsatz, weitaus höher ist, als das, was du für deinen Podcast-Full-Service-Team ausgibst. Was du zum Beispiel bei uns buchen kannst. So, das heißt, du musst kein Podcaster und keine Podcasterin werden. Du musst kein Toningenieur werden. Ja, musst du alles nicht. Sondern du führst ein Interview, das nimmst du auf und die Aufnahme, die gibst du dann jemandem, ja, bei Genius Alliance und die erledigen den Rest. Und das ist ganz wichtig, weil viele schreckt das zum Beispiel ab und sagen, ach, keine Ahnung von Technik. Ich will jetzt eigentlich lernen, wie so ein Mischpult funktioniert oder so ein Handy-Rekorder oder wie groß irgendwie die Mikrofonkapsel sein muss, damit meine Stimme gut klingt oder so. Ja, ich will einfach jemanden haben, der mir sagt, guck mal, das Mikro einsetzen, ja, diesen Abstand zum Mikrofon, diese Interview-Technik, ja, und so weiter und so fort. Also, das ist wichtig. Mehr nicht. Und dann hast du nämlich auch keinen zusätzlichen oder kaum zusätzlichen Aufwand und profitierst trotzdem von dem Medium Podcast. Also, zweiter Glaubenssatz hängt unmittelbar damit zusammen, ja, reserviere Zeit in deinem Podcast. Nein, reserviere keine Zeit in deinem Podcast. Reserviere Zeit für deine Neukunden. Reserviere Zeit in deinem Kalender mit neuen Kunden zu sprechen. So, das ist das Einzige. Und das ist doch genau dein Job. Ja, viele denken, ja, okay, wenn ihr jetzt einen Podcast macht, da muss ich ja ein Interview führen. Hey, sorry, du musst natürlich ein Interview führen. Du musst ja sowieso ein Gespräch führen mit deinen neuen Kunden, ja, dann nimmst du das halt, das nimmst du halt auf, ja, das führst du halt ein bisschen anders als sonst, in Form eines Interviews oder eines Gesprächs, ja. Aber dann hast du eine Aufnahme am Ende als Ergebnis, ja, noch zusätzlich. Aber du führst doch sowieso ein Gespräch mit deinem Kunden. Also, ich finde manchmal solche Gespräche immer komisch, dass du sagst, ja, okay, jetzt muss ich einen Podcast machen, jetzt muss ich da eine Stunde in meiner Woche reservieren, um mit einem potenziellen Neukunden zu sprechen. Ja, musst du machen, musst du machen, um erfolgreich zu werden. Das ist einfach so, ja. Mit neuen Kunden muss man einfach reden. So, also, nochmal zusammengefasst, Podcast ist kein Austauschsport, okay? Podcast im Digitalvertrieb ist sofort effektiv. Du musst keine zwei, drei Jahre warten. Du musst auch nicht Podcasterin oder Podcaster werden und du musst auch keine Zeit reservieren für deinen Podcast, sondern Zeit für deine neuen Kunden reservieren, dass du mit denen halt einfach sprichst, ja. So, und das ist das, was ich als Botschaft heute mal mitgeben möchte. So, und ich habe ja versprochen, am Ende der Podcast-Folge noch so ein paar Tipps mitzugeben. Also, wenn du dich da so ein bisschen reinsteigern möchtest in dein Podcast-Thema oder jemanden hast, der für dich den Podcast macht, kann ja schon sein, ja, dann wäre ein wichtiger Tipp, starte deine oder publiziere deine Podcast-Folge um 0.01 Uhr. Das kannst du ja timen über deinen Podcast-Hoster. Das bedeutet, dass der Podcast 24 Stunden teilweise bei verschiedenen Plattformen braucht, um dort publiziert zu werden. Und du hast den ganzen Tag ein, ja, optimales Zeitfenster, um alle möglichen Downloads einzusammeln, ja. Also nicht erst so um 14 Uhr oder sowas, sondern um 0.01 Uhr terminieren. So, damit hast du die, ja, größtmögliche Reichweite deiner Podcast-Folge sichergestellt. Dann, was ich auch immer wichtig finde und wo viele aber auch zu bequem sind, was aber echt ein interessanter Hebel ist, ja. Gib Interviews in anderen Podcasts oder auch bei anderen, die einen YouTube-Channel betreiben. Also versuch gerade am Anfang, wenn du ganz neu bist mit deinem Podcast, möglichst viele Interviews zu geben. Ja, kostet ein bisschen Zeit, aber in Sachen Marketing, hey, das Marketing kostet dich eben nichts, ja. Such dir diese Leute ganz bewusst aus, ob die vielleicht direkt mit deiner Zielgruppe in Kontakt stehen. Das wäre natürlich sinnvoll. Also jetzt nicht irgendwelche Podcasts nehmen, sondern es muss schon was mit deinem Business zu tun haben, mit deiner Branche zu tun haben, mit deiner Zielgruppe zu tun haben. Also das nochmal ganz arg ans Herz gelegt. Podcast-Interviews geben oder in YouTube-Channel-Interviews geben. Jedes Video hat eine Tonspur und die Tonspur kannst du zum Beispiel auch dann in deinem Podcast veröffentlichen. Also wenn du irgendwo anders, in fremden Podcasts oder YouTube-Kanälen Interviews gibst, dann veröffentliche das auch immer in deinem Kanal, ja. So, hast du wieder eine neue Podcast-Folge, brauchst du nicht zusätzliches aufnehmen oder hast Bonus-Material für deine Community. Ist auch cool. So, dann zum Thema Podcast-Cover. Ist ja immer wieder so eine heikle Geschichte. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und eigentlich gibt es nur zwei Dinge dazu zu sagen. Dein Podcast-Cover muss auffallen. Also guck dir mal in deinem Umfeld, in deinem Themenumfeld, zum Beispiel bei iTunes oder bei Apple Podcast, an, wie die Farben sind. Ja, wenn dort zum Beispiel keiner Blau verwendet, nimm Blau. Wenn dort keiner Pink verwendet, nimm Pink. Wenn dort keiner Gelb verwendet, nimm Gelb. Und ansonsten ist das Podcast-Cover total reduziert. Und das Podcast-Cover ist ein Impuls. Wir neigen dazu, ich auch zugegebenermaßen, wir neigen dazu, auf dem Podcast-Cover immer alles Mögliche draufzuschreiben. Aber wenn du mal guckst, in 90 Prozent der Fälle kannst du überhaupt nicht lesen, was da drauf ist. Das heißt, du kannst auf einem gelben Untergrund auch eine rote Fliege draufkleben. Direkt in die Mitte. So, und allein das reicht schon in der Wiedererkennung. Oder dein Logo beispielsweise. So, das heißt, auffälliges Cover in der Farbe, ja, nicht auffällig in der Gestaltung, ja, und Umfeld anschauen und eine reduzierte Form wählen. Also nicht zu viel kleinteiligen Wahnsinn, ja, weil das kann keiner mehr dekodieren auf die Entfernung in der Kleine, äh, in dem Kleinen Format. Genau. Dann Cross-Promotion auf all deinen Kanälen, ja, es ist ein interessantes Hobby. Wie gesagt, ich würde es, wenn du die Möglichkeit hast, outsourcen das Ganze. Also belaste dein operatives Business nicht mit diesen Themen, ja, das ist total wichtig. Konzentriere dich immer auf dein Haupt-Business, auf dein Kern-Business, gerade bei Start-ups total wichtig. Sonst machst du am Ende alles selbst, sparst dir 3,20 Euro, ja, aber der Effekt ist, dass du im Grunde dich von deiner eigentlichen Arbeit abhältst. So, also such dir jemanden, der das Cross-Promotion oder die Cross-Promotion übernimmt. Das heißt, dein Podcast in sämtlichen Kanälen, die dir zur Verfügung stellen, aber auch, im Medialfall, in Fremdkanälen publisht. Fremdkanälen heißt, vielleicht bei Kooperationspartnern, bei Unternehmern, Unternehmerinnen, Freundinnen, die dein Thema gut finden und das dort gerne veröffentlichen oder mal irgendwelchen Verlagshäusern anbieten oder Medienunternehmen und so weiter und so fort, Redaktionen. Einfach mal schauen, wer hätte Interesse an deinem Content. So, das ist auch nochmal eine wichtige Geschichte. Und noch so ein kleiner frecher Hack, wenn du in deiner Podcast-Beschreibung dir vorstellst, dass dieser Text auch von Suchmaschinen gelesen wird, dann überleg dir mal, wer dich inspiriert in deiner Branche und selbst einen Podcast hat. Also wonach würden die Leute bei Apple Podcast tatsächlich suchen, nach welchen Personen? Ja, bei mir wäre es zum Beispiel so ein Philipp Westermeyer von OMR. Ja, den finde ich irgendwie cool. Den Podcast höre ich immer. Oder Thilo Jung zum Beispiel, jung und naiv. Geiler Podcast. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Mega. Podcast-Folgen zum Thema Länge von Podcast-Folgen ist auch immer schön. Zwei bis drei Stunden macht er eine Podcast-Folgen. Und ich höre sie bis zum Ende. Ist der Wahnsinn. Also richtig guter. So, und inspiriert von steht dann in eurer Podcast-Beschreibung drin und dann tragt ihr die Namen dort ein. Das heißt, wenn diese Namen zu eurem Umfeld passen, ist das natürlich nochmal ganz interessant. Denn alle Leute, die nach Philipp Westermeyer suchen, die finden dann auch meinen Podcast. So, und damit befinde ich mich dann in einer Suchergebnisseite. Und das beschert mir unter Umständen den einen oder anderen neuen Podcast-Hörer oder Hörerin. So, genau. Und letzter Tipp für heute. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Mach es von Anfang an richtig. Und such dir jemanden, der das richtig gut kann. Also wenn du ganz am Anfang stehst, investiere. Das ist immer wichtig. Du kannst das natürlich selber machen. Ich habe das auch alles selber gemacht. Aber das dauert halt einfach ewig lang. Also mal unter uns, die wir jetzt hier alle uns zuhören. Du kannst mit einem Podcast in, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen starten. Ohne Problem. Du könntest rein theoretisch sogar in 48 Stunden starten. Dann machst du halt in dieser Zeit nichts anderes wie diesen Podcast. Zum Beispiel mit uns zusammen. Aber du musst das Ding nicht betreiben. Und das ist eben wichtig. Und wenn du jemanden hast, der dir die ganzen Abkürzungen zeigt, dann musst du dir das alles nicht selber beibringen. Und es geht ja darum, dass der Podcast möglichst schnelle Ergebnisse erzielen soll. Alles andere ist Frust. Wenn du dich mit der Technik, mit der Software beschäftigen musst. Rausfinden musst, welche Tools am besten funktionieren. Oder, das ist dann immer in meinen Coachings immer so ein Erwachen meiner Teilnehmer, wenn es darum geht, die Prozesse abzubilden. Wo die Leute dann sagen am Anfang, was denn für ein Prozess? Du lädst die ein, dann macht ein Interview und dann hast du eine Aufnahme, bist du fertig. Nicht ganz. Du willst ja dann auch noch Informationen für die Shownotes haben beispielsweise. Du brauchst dann noch ein Bild von deinem Interviewgast. Vielleicht sogar noch so eine kleine Vita. Oder vielleicht ein Angebot für deine Community. Willst du auch noch eine Bestätigung haben, dass du diese Inhalte, die du aufgenommen hast mit deinem Gast, auch in all deinen Kanälen senden darfst. Also auch eine rechtliche Komponente. Und das musst du ja alles einholen. Wie willst du das machen? Willst du das per E-Mail anfragen? Oder ist vielleicht so ein Online-Formular eine gute Idee? Oder was passiert nach deinem Podcast? Die meisten hören einfach nach dem Podcast auf. Anstatt im Podcast mal nach einer Empfehlung von zwei bis drei Personen aus dem Netzwerk deines Interviewgastes zu fragen und zu sagen, hey, wen können wir denn hier einladen? Oder nach dem Interview, wenn alles gelaufen und aufgenommen ist, einfach mal zwei, drei Tage später automatisiert anzufragen und zu sagen, hey, wenn es dir bei mir gefallen hat, hättest du Lust, meinen Podcast zu bewerten? Und da gibt es dann so ein paar andere Workflows und Prozesse, die natürlich vollautomatisch laufen, aber du musst sie aufbauen. Und das ist eben wichtig. Und dieses Know-how dir abzuholen, das ist im Grunde die Aufgabe. Also mach es von Anfang an richtig und such dir jemanden, der sich damit auskennt. Für den Fall, dass du an genau diesem Punkt bist, findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge einen kostenfreien Strategie-Call mit mir und dort erzähle ich dir, wie man das dann Step-by-Step machen kann. So, in diesem Sinne, ich bin raus. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann kommt der obligatorische Spruch Freue ich mich über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.